Willst du mich heiraten? Ich hab jetzt keine Ringe dabei, aber... Das ist ein Kudierring. Er ist für besser als so ein echter. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Danke! Gratulation! Sie würden allerdings zunächst in die Hauptverwaltung Aufklärung gehen. Ich verpflichte mich zum Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Dann froh schaffen. Ich will wissen, was genau Langfeld in der BRD treibt. Ein paar Zentimeter. So waren wir da und auch nicht da. Luisa Langfeld hat gemäß Anordnung umgehend eine Krebsdiagnose erhalten. Dann los mit dir. Alles in Ordnung? Was ist mit dir, Franz? Du hast mit Luisa Langfeld gesprochen. Was wolltest du von ihr? Ich kann das doch nicht. Was kannst du nicht? Fällt es dir schwer, deiner Frau nichts zu erzählen? Bitte stehen sie auf. Du musst mir immer alles sagen. Lass uns zusammen beginnen, ja. Er beleidigt unser Volk. Sie fühlt sich auch einsam. Hör auf! Scheiße, Mann! Willkommen im Club! Willkommen im Club! Willkommen im Club! Warum ist er tot? Ich will da raus. Dagegen komme ich nicht an. Mit wem haben Sie beim Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt? Hör auf! 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 Hör ab! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Untertitelung des ZDF, 2020